Ich starte jetzt schon mal eine Runde. Juni, jetzt chill doch mal, Alter. Du fuckst gerade richtig ab, das weißt du schon, oder? Und ich hoffe, du weißt auch, dass ich Horst bin von der Party. Ja, alles schon. Boah, bin ich sogar wirklich. Wolfgang, Spaß. Wolfgang, bist du der echte Elf? Ist das dein echtes Woody? Spannend. Oder ist es einfach nur dein Pudel? Komm rein, Wolfgang. Perfekt. So. Wolfgang ist immer so ein stabiler Typ. Du wirst gar nicht nur was viel Geld mehr passen. Wolfgang, sag schon was, was du? Wann kommt das als viel Geld? Wolfgang. Mama. So, let's go. So, jetzt. Freitag. Ich weiß nicht, kam ein Dings rein. Gut, dann steigt den Streamer auch nochmal mit dem Handy. Auf dem Handy, dann. La Senato folgt nur auf Insta. Der hat sogar weniger Abonnenten auf Insta als ich. Und ich hab gerade mal 340. Jetzt glaube ich 440 mit ihm. Ja, gut, das mach ich auch nicht wirklich. Nur, dass der Nightbot das jede 5 Minuten schreibt. Ja, 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 ja. Hä? Nur, dass der Nightbot das alle 5 Minuten schreibt. Ja, 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 ja. Zau mir deine Schnauze, du Rennse. Und halt gerade eben auch. Du fuckst, echt Männer ab, gerade, ne? Ja, ja. Jetzt mal auf von dem Scheiß. Ja, ja, vor allen Dingen. Ja, ja. Ja, ja. Denn wir machen das sauch. Denn wir lieben den Lauf. Ja. So. Timo, mein Kamerad. I can't believe he killed them. So, meine Freunde, ich bin wieder der. So, ich bin direkt beim Auto gespawnt. Wow, ich habe noch gesagt, die wollten, dass die zweite Details in den Stream reinkommen. Was passiert? Keiner start. Der Joppe Elfilsch weiterspielen können, Alter. Perfekt, fängt es schon wieder an zu laggen, also nicht gut, nicht gut. Okay. Das war's für heute. 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 Okay, Bruder, chill mal. Dürfen nicht so ragen. Das ist YouTube. Wo wir streamen. Oh no. 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 ab Das war's für heute. Wieso rückwärts? Wieso schon? Ich sehe die Straße ja nicht mal. Boah nee Alter, ich war vorwärts. Junge, wenn ich die Straße nicht sehe und dann kommen will. Nein! Ich weiß, ich bin kein guter Fahrer. Irgendwie so ein Spiel. Wo jetzt lang? Ach, da lang. Boah Gott, Alter, bin ich sche... Junge, ich finde das schon. Belastend. Was zu längst, Mann? Er hat mich eh... Der Lappen. Scheiß Zigeuner. Ja, genau. Ich bin gar nicht in den Schritt schreiben. Ja, Wolfgang Heiter, ich höre nie wieder auf dich gewissen. Kokosfresser Chatea, geiler Name erstmal, ne? Und herzlich willkommen stream. Habt ihr nicht? Ja. Das wird nicht verlassen. Der Typ hat nur mich getötet. Ne, nicht nur mich. Wolfgang und noch einen und dann ist er einfach rausgegangen. Chichi, Alter. Ich find's auch absolut geil, Digga. Was und Jason, Alter, ich schwör. Irren, Mann. Männer, genial, der Typ. Wer ist so? Ich hab mir den Helstücke, Jo. Ich bin gleich wieder da. championships zum除 Ja. Ja. Okay. Ja. Angen. Ja. Pa様. Naja. Es war quältst. können wir zusammenspielen wenn du eine playstation hast dann brauchst du nur noch kurz ein bsn am reinschreiben dann kann ich dich einladen ja was er hat die gruppe verlassen hä warte mal wow jetzt kann ich mir raus gehen ich habe ihn verlassen aber ohne wolfgang aus wir sind ich glaube ich beide und kokosfresser schreibe einfach deinen psn namen rein oder dann gleich johann dann starten wir mal weil wenn der kursfresser jetzt nicht einschreibt dann er kann ja und 20 marcel ja auch mit dem scheiß man ehrlich so doch was mein kümmerst du gerade so so hört jetzt mal mit dem scheiß auf mann wer es jetzt das nächste mal an macht krieg ich aus der partie nein macht das aus der nächste erst einmal fliegt aus der partie aus der runde fertig ich möchte die fahrzeuge an machen ach sei leise kannst du dich mal noch für fliegt sauberes abwarten ja damit die wäsche nicht einfach dann hat sie auch jetzt schon gerne was der lobby hey marcel du bist rausgegangen so ich glaube mal der kokos was das nicht mehr im stream drin und er braucht jessica er braucht essen brauchen einander das muss wieder eine mit der olga Katze, du bist echt bescheuert. Aua! Dreck sie! Keker 3! Keker 3! Keker 3! Keker 3! Keker 3! Keker 3! Katze! Die ist so behindert. Na Katze? Ja! Du bist toll, ne? Aua! Ah! Hör auf zu beißen, Mann! Ah! Das scheiß geht. Okay, ich lass sie schlafen. Wohin, wo sind die da gelandet? Mau! Muuuh! Meine Katze guckt mich einfach nur so an, da hängt sie so, fuck you. Na Katze, was denkst du dir? gut jetzt weiß ich ja so eine schlampe und dieser will schwarz weil ich schickte meine katze wie die da gerade ist man glaubt dass man sie erkennen kann aber was so ist es wert so ich schicke ich schicke das ist lachfleisch pur wieder drin liegt also im karton ich habe den karton der von dem also was hat so war noch nicht weggeworfen gehabt und auf einmal liegt die da drinnen die ganze alles klar ich schlief einfach drinnen warte fach die kai ob das gar nicht Ich hab mein Chat verlobt, das ist einfach Broke. Was? Sein Chat verlobt ist Broke, der hat meinen WhatsApp zerstört, mit diesen Bildern. Ja genau. Oh, das war Wolfgang mit seinem Pornolinks. Boah, ich hab eh eines mal Klassen gehabt, der hat einen einfach so geschickt. Ein wahrer Freund schickt dir keine Nachrichten, nein, er schickt dir 50 Pornolinks. Was lasst du denn, der Wolfgang? War das die Nachricht? Er sieht echt gut aus mit, ne? Es gibt das Krankenhaus Porno, es gibt das Zuhause Porno, es gibt die Deutsche Porno. Katze, ja, du bist doch ne Süße. Ja, super. Ja, fein. Ja, ganz toll. Ah, die tut mir weh. Schlampe. Was sagst du zu deiner Katze? Schlampi. Haju. Okay. Boööööööööööööh? What? Huuuphуд? Boööööööööö. Huuuuhhh. Lernen weil es mit Timo schon zu spät ist was mit mir? ahhhh Katze! Alter die liegen wieder drin, hast du sie wieder reingestopft oder was? Nein, die schläft in den Pupp getrunken ja wir haben sehr verrückte Katzen die hat sie reingestopft ahhh Katze! Aua! Aua! Hör auf ich mag dich Alter! so das kann't be real ich bin in Afrika gejoint äh gejoint genau ich bin find ich gut ich bin in Afrika gejoint auf Mach mal das gleiche mach mal das gleiche ich bin in Afrika gejoint ich bin in Afrika gejoint Doch, Wolfgang, du warst böse zu chasen. Er kommt jetzt jetzt zu mir. Böse, Böse, kein Auto, Wolfgang, kein Auto ist. Wo ist Chasen? Wo ist er, Wolfgang, wo ist er? Ja, heim, kein lieber Auto. Ja. 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 Das ist Böse. Bist du tot? Oh Gott, bist du schlecht. Du, du stürmst früher als ich. Du, du stürmst früher als ich. Ja. 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 Du, du stürmst früher als ich. Er hat aber auch anlocken. Ja, ich auch. Kappa. Ich weiß ja, ob man das Lacken nennen kann, wenn ich in der Mitte der Map gespawnt werde. Leute, ich hör ab. Ey, du Pisser, nehm ich mit. Ich hör ab. Ciao, komm weg. Hä? Nimmst du das Boot weg, oder was? Ja, ich hab mal Lust. Ey, Digga, ich komm. Wo bist du denn? Bitte sag nicht, dass du in Afrika bist. Ich bin Brücke. Welche Brücke? Ja, Afrika fast in Pinehurst bin ich jetzt. Bei dieser Brücke da. Die rübergehst. Und das war wieder der Fehler auf Leute zu warten. Das war wieder der Fehler. Ach, ich bin falsche Seite gewesen. Das war der Fehler. Mach die mit raus hier auch mal her. Ja, ne. Ich wollte eigentlich nur nachgucken und den Chase bescheid sagen, wo dich so versteckt. Ah. Der Chase verpisst sich. Hä, wohin denn? Der ist im nächsten Haus. Wo ist es im nächsten Haus? In Afrika? Ja. Rechts von uns. Ja, die rüber. Wo ist das denn schon? Scheiße. Wie machen wir das jetzt? Er ist in die Richtung gegangen. In welche? In die. In die, wo ich jetzt rein gucke. Da. Da ist nicht mehr jemand. Was? Ne, ja. Da hat's in die Häuser angegangen. Dann ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da, ja. Ey, hier ist das Gas. Nice. Ach, wirklich? Das hat dich in 247 mit der Hand. Ich nehme mal ganz fest an das Gas. Was? Mach den Typen. Der Chase ist ja mal richtig schlecht. So schlecht wäre er sicher nicht, aber ich weiß nicht was er tut. Oder wo er hin ist. Braucht er dich raus? Aber ne, das mache lieber ich. Ich komme mit dir raus. Nur dein Charakter ist viel viel besser zum Bauen. Geht erst raus. Geht erst raus. Geht erst raus. Komm mir. Ne, ne. Guck mal, alle wollen es gut. Guck mal, alle wollen es gut. Geht erst raus. noch der lege ohne fehler bitte okay drüben ist der drüben Okay, ich bin fertig. Zeit, raus! Ja, ja, was soll ich auch machen, wenn er... Ja, mich hat er zuerst. Wow, natürlich, Alter. So. Ah, Digga, wie du es überleust... Alles so was ist so ein Scheiß... Das ist so scheiße, dass du überlebst, Mann. Aber ich nicht, Digga, es ist so... Ja, aber auch verdient, weil ich halt jetzt eingebunden habe. Ja, aber trotzdem, Mann. Aber jetzt, Digga, wie scheiße bist du da gefahren? Was hätte ich anders machen sollen? Äh, ich walte gerade aus. Ich kann da nicht hinkommen. Natürlich. Nein, man kann da nicht hinkommen. Warte? Ich bin mir da. Okay. Und dann ist vorhin auch noch der Typ, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das ist nicht so. Ja, trotzdem, bei mir ist es meistens nicht so, dass dann, wenn ich hier als erstes gestorben bin, dass der zweite dann ob einmal wieder da ist. Das ist bei mir sehr, sehr oft. Und gestern war das auch scheiße auf, das weißt du, Marcel. Wieso schwimmen Chasen ums Boot? Dinge, dann haben wir lieber sich damit beschäftigen, um zu kennen. Vor 12 Minuten hast du noch. Ja. Freue ich mich nicht. Ich muss noch in die Nase bleiben. Auch in die Richtung. Ich bin gleich wieder da. Ich schasen die irgendwo bei euch. Ich glaube nämlich, der kreist die ganze Zeit ums Boot rum. Ich glaube nämlich, der kreist die ganze Zeit ums Boot rum. Es ist nicht so, weil ich hier meinen ersten Zeit ums Boot rum. Ich bin seitdem. Ich nehme mir hier fan. Ich bin gleich ein bisschen aus. Ich gehe dich jetzt ums Boot rum. Ich komme bei euch in die Richtung. Es geht ums Boot rum. Es geht dann ums Boot rum. Ich bin grüst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lauf ein bisschen mit mir, lauf ein bisschen mit mir Guck mehr, möchte nicht mehr Er zieht durch Er hat absolut die Schnauze vollgegangen Oh, das ist ein Lappen Komm, Wolfgang, halbe Minute mutter scheiße lag geht auch nicht als ich schwöre du hättest so sterben müssen er wäre ich der Jason gewesen ich hätte dich so easy geholt du musst das aufklubber machen wo du musst nein man das war der wäre ich der Jason gewesen ja ich hätte dich so easy gehabt ja schreib ja mal mit sorry bro wenn er deutsch ist ich lade ihn ein mal gucken was er zu sagen hat nein ich meine so erwachsen sollte man sein wenn man dieses spiel hatte das sind franzose hab ihn eingeladen die party alles klar Topan Topan Amaru Shakur Der Name ist auch ein Rumble. Der Sü-la-papet. Dieser Name ist auch ein Rumble. Das ist deutsch. Ja, ich denke, das ist wirklich ein Name. Der Pü-la-sugar. Der Pü-la-sugar. Der Pü-la-sugar ist auch ein Rumble. Das ist auch ein Rumble. Wir sind Freunde. So, vielleicht kann ich... bei denocalypseen noch am Backend... Peter rufen den Baum an. Der Mond. was soll ich mich schreiben weil ich will halt auch anschreiben ich der wird wohl nicht so hast du wirklich kommen welche karte wollte den leiden zwar größte leid wie jetzt mache ich das vorgelegt wir haben keinen lutschen er hat wirklich keine Lust er kommt dann aber nicht oder es ist klar weil er hat sich bereit gedrückt oh mein Gott Alter das tut mir ein bisschen weiter denn eigentlich aber war ein schlechter Jason denn als er in 36 soll er noch ein bisschen was können ich glaube ich 66 was hast du meine ja auch nicht und der supernudelking ist es supernudelking mir geht es nicht anders ich bin beim haupthaus ich auch und ich bin tot wir alle sind tot was ich so dumm mache ist ich gehe meistens zu den mails um sie zu retten aber wer trotzdem werde dann selbst getötet und die mails nicht das hatte ich scheiße ich glaube ich sollte mal weniger fürs team ich glaube das ist zum ersten mal im freitag der 13 wo ich als erstes gestorben bin ich glaube ich bin selten als erstes gestorben das ist das haus von tommy wo ist er denn hier oder hier 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 Ah! Oh, oh, schau! Hallo, hallo! Oh Gott, help uns! Jason ist wirklich! Por favor, help uns! Jason ist erster! Por favor, help uns! was ist denn hier? das ist nie wirklich den ersten Fall zu spüren ich zieh durch man! ey du Schlampe ich bin zu dir Quatsch, spielt dir das nicht ein ok wir sind aber gut in die Lernung jetzt kommt er, pass auf, pass auf, pass auf jetzt kannst du mit dem Ding reinspringen wow und nicht mit dem Boden alter hat er jetzt wirklich das Game gequittet weil wir nicht, weil er uns nicht bekommen hat klar, den besten hat er ja schon getötet sagt er sich jetzt keiner aufgeregt aha, den besten, genau Hauptsache normalerweise, ach egal, ich sag jetzt einfach mal nichts sag mal so, würde ich viel weniger fürs Team haben bis also viel weniger versuchen die Mates mit zu retten dann würde ich auch viel weniger sterben ja, wie geht's mir denn, ey würde ich nicht die ganze Zeit was ein bisschen gut fürs Auto oder so machen dann würde ich ja jede Runde ein bisschen mehr übernehmen ja, und wie gesagt, ich dir habe geholfen mit mit dem selten Schädchen, ja die lieben meine Kuh nicht ja, die lieben meine Kuh nicht ă sehr p remembrance lade verse Roberto also der 40 gen un bis bis ich werde einfach mal alle aus dieser lobby ein jetzt ist es koppel Zieh dich aus! So Wolfgang! So Wolfgang! Wolfgang! Ja, du hast dich. Ich bin dein kleiner Conrad. Ich bin dein kleiner Conrad. Ich bin beim Barney de Lino. was was nach noch nicht lieber das borde lieber bei mir finde ich gut ich glaube es wird alleine gespawnt bin ich überhaupt oder in spring water camping genau bei dem haus was die sicherung hat deswegen hätte er auch gut und gerne bei mir sparen kann als erstes haben wir selte ich glaube wenn bio 4 rauskommt und so dann wird also werden wir beide wieder richtig viel zusammen ich laufe mit mit euch da wird ich hab was ja genau waffen locker ja ich mache nie wieder war zu das team nie wieder st Timo, hab dich, falls sie wieder zum Leben erwecken. Habe jetzt vier Heating Sprays, Wolf, um fast einen benötigen. Das wollen wir nie gerne, weil sie alle. Ja. Keine Ahnung, Wolf, kann ich dir nicht sagen. Du warst hier, oder? Du warst hier. Nein, ich habe wirklich nicht, aber ich habe Gas. Aber wir haben vielleicht auch noch ein bisschen. Vielleicht nur mal hier. Was ist das? Das ist sie, oder? Ist das ein... Ist das ein Person? Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Ich weiß nicht, wenn man nicht mit der Autosflüssen weiß. Das ist ein Läderfläch. Ah! Oh, geil. Ich kriege eine Allergie. Habt ihr auch eine Allergie? Nö. Das kann noch kommen, Timo. Ich hab die auch jetzt mit nichts zu bekommen. Naja. Nö. Ähm. Da. Ja. Das ist ein Weib. in diesem Moment dass die Freundin von Lügen von den Spielern von dem richtigen Arnor ich kann mir nicht holen ich war auch ein Problem das meinte ich Wolfgang genau das meinte Wolfgang genau das meinte ich ich bin jetzt als erstes gestorben was ist los der als zweites gestorben ist es Jason äh Dings hier da Tommy genau das meine ich ich kann mir mal prühen ja 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 ich freu nicht mal die gewaschen du 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 bist bin ich grüße oder andere die unterschließen was er genau das man was er genau das meinte ich letzte runde bin ich als zweites geöffnet ich als zweites gestorben der als erstes also wolfgang ist dann ging es gewesen jetzt bin ich als erstes gewollt gestorben und jetzt ist der nano rumbler der als zweites gestorben ist schäfen worden er ist ja ich habe die ränder mit Ich weiß nicht, was ich hier in der Tür kam. Ich habe mich nicht mehr auf den Boden geschlagen. Ich helfe mich nicht mehr und ich habe mich nicht mehr auf den Herzen. Ich hoffe, Timo, guck mal, wenn du da bist, kommt der auf den Flamen. Warte doch nicht. Ich bin schon wieder zurück, manche. Dann muss ich auch keine Runde aufstehen, dann muss ich auch keine Runde aufstehen, dann kann ich auch keine Runde aufstehen, dann kann ich auch keine Runde aufstehen. Ich bin auf dem Weg, Leute. Ich habe Chelsea abgeschüttelt. Die röden die, die röden die. Das ist innerlich, und es war noch ent Kommentar auf. Was soll ich sagen? GG! der melden hat die stadt ja willkommen die und meine dreckige hör nicht auf ihn er sagt nur scheiße ich will letzte runde wegen dem wichser gestorben es ist vollkommen tommy es ist vollkommen tommy es ist vollkommen tommy wir wollen nicht so lange holen gg haben wir auch gg haben den einbauers ich habe alles zusammengebaut also mein 31 ist nicht gut gesehen bei jason wie ich ihn am blade habe marcel das spiel mag mich nicht genau ich will letzte runde als zweites gestorben der der als erstes gestorben ist als tommy geworden diese runde bin ich als erstes gestorben der der zweites gestorben ist das tommy gewonnen hast du jason einmal angehütet nö hast du irgendwas für das auto gemacht nope okay was soll ich gesagt der mit den wenigsten punkten der mit den wenigsten punkten das wäre dann ja ich gewesen ja eben das wärst du gewesen aber keine ahnung warum nicht das interessiert haben was du gemacht hast auft nö binirse interessiert uns ähm bitte nehmt euch vernünftig bin gerade im stream nehmt nicht da entspann welches wohin Ne, warum sollte ich nicht? Seht meine Mutter vorhin oder was? Der, ich bin nur... Der denkt schon, der muss instant offline, Digga, um diese Uhrzeit. Um fast 22 Uhr. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Boah, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Da geht uns jetzt weiter, oder? Ja, ja, ja. Da geht uns doch weiter und dann weiter. Sei besser jetzt weiter. Das steht mir da. ein viel da ist viel ja Ich vermisse Chaos auch. Tschüss! Nein, nein, nein! Ich passt. Nein, Tid! Oh, die kassiert! Wegen Was ist das für ein Stühmel? Ich habe Spinat, du Pisser Leise Spaß die zeitstöße die wahl so das ist sein so die wir brauchen einen eigenen slogan wir müssen sagen wir sind groß wir sind stolz wir sind überhaupt kein Trudel wir sind groß wir sind stolz wir sind Wolfgangsrudel wir sind groß wir sind stolz wir sind Wolfgangsrudel wir sind groß wir sind stolz wir sind Wolfgangsrudel Wolfgangsrudel wir sind stolz Oh, ich bin 30er. Wir sind jetzt zusammen. Drei, zwei, eins. Wir sind groß. Das ist nicht synchron. Mensch. Wir sind stolz. Stimmt. Ripp gelassen. Und drei, und zwei, und drei, eins, zwei. Wir sind groß. Wir sind stolz. Wolfgang. Wolfgangsrudel. Wir sind groß. Wir sind stolz. Wir sind Wolfgangsrudel. Wollt ihr noch da? Wir sind groß. Wir sind stolz. Wir sind stolz. Wir sind Wolfgangsrudel. ów. Ich bin halt so geil. Entweder! Doch naje. Marcel, man hat mich im Stream die ganze Zeit nicht gehört, weil bei mir zulassen, dass deine Stimme geteilt wird, auf nicht zulassen war. Nein, meine. Hey, wie behindert, guck mal bei dir auch nach, wahrscheinlich wurde das zurückgesetzt. Ich bin gleich wieder da. Doch bei mir ist das immer zulassen. Gehört. Gehört. Boah, ha! Boah, ha! Boah, ha! machen ich habe das copyright auf den wolfgang style ich habe das copyright auf den wolfgang style ich habe das copyright auf den wolfgang style ich kann es am besten war ich nach wie vor im brudel bleibt das war obwohl das kaum ein bisschen zu spät wenn wir jetzt so eine parodie darüber machen das ist ich habe das copyright auf den wolfgang style ich kann es am besten weil ich nach wie vor ich habe das copyright auf den wolfgang style ich kann es am besten weil ich nach wie vor im rudel bleibt war es mit hingabe ich habe das copyright auf den wolfgang style ich kann es am besten weil ich nach wie vor im rudel bleibt mach es mit hingabe ich kann wie der wind ich kann wie der wind sprinten ich schwöre ich bleibe ein bisschen in der nacht wach oder so macht uns zu hochgegriffen das war so eine parodie darüber machen kommt so ein bisschen spät aber hey nein mal irgendwas und wolfgang irgendwas mit ihrer mit wolfgang und ein wolfsrude was passt die kennen einen pudel ja Wolfer und das Rudel, ja, die kennen einen Pudel und der Pudel ist der Nudel. Dein Fuddy. Ich hab das Copyright auf den Wolfgang Style. Ich kann's am besten, weil ich nach wie vor im Rudel bleib. Mach es mit Hingabe, ich kann weder Wind blasen. Ich hab das Copyright auf den YouTube... Nee. Geh mal erst reich. Muss in dem nicht unbedingt sein. Kannst gerne einen Song drüber machen, aber in dem nicht sein. Scheinig soll da nur. Wolfgang Dyson, das läuft erstmal. Wieso, ich weiß nicht, das ist jetzt ganz er als Wolfgang gemeint, es gibt noch andere Wolfgang. Aber ins Geheim weiß er, dass er immer unser Wolfgang glaubt. Mach es mit Hingabe, ich kann weder Wind sprinten. Wolfgang dreht sich nach hinten. Wolfgang dreht sich nach hinten. Und ich beiß in seinen Nacken wie die ganzen anderen Kanacken. Ich hab das Copyright auf den Wolfgang Style. Ich halte der Pest im Mund. Hallo. Nein, seine Hunde. Das soll ich mal machen. Leute, ich könnte echt gut eure Hilfe gebrauchen. Warte mal, ist wer beim Auto von euch? Nein, ich meine beim anderen Auto. Nein, bei Woodboney Camp. Im Portugiesisch range ich bitte. Warte mal, wir haben noch gar nicht über das DFB-Team geredet. Was sagst du zu der Leistung? Auuuuuuu. Ach, Quatsch. Da aber kein Scheiß. Es ist nirgendswo irgendwas für ein Auto. Naja, ich hab für's Auto was. ... ... ... ... vom sorgschiff mein namen ok und 1 und 2 und 1 2 3 wir sind groß wir sind stark wir sind wir sind Wolfgangsrudel wir sind groß wir sind stark wir sind Wolfgangsrudel ich hab das Gas und der Jason kann springen wir sind stark wir sind Wolfgangsrudel ich bin Wolfgang und spiel mit Sonnenberg und ein Genix wir sind bei Wolfgangsrudel Bist du das? Ja man er dreht mich doch noch ein Coat die muss überleiten das sind lol jetzt noch mal Gas hey was sag ich kaufte das Gas um scheinlich so rum du Schlampe Wolfgang bist du tot? ok du hast überlebt das bedeutet wir sehen ein Sternchen für dich wir sind groß bam 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 wir sind stark bam 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 wir sind Wolfgangsrudel wuuhu 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 schlampe du Riesen nein lieber nicht scheiße warte wenn Wolfgang meine Hilfe braucht dann Eilig zu losen ach komm ich behalte das Gas Wolfgang ich komme ich habe dich geholfen gelegt wir müssen was Gas einbauen alter lassen die batterie in die last einfach ein autoschlüssel davon mitnehmen wenn wir wegfahren marcel willst du einbauen du kannst es viel besser oder kommt zu mir oder beschützt mich dann kann ich das einbauen neben dem armbach machen wir nicht tun mehr kamen hier ja immer einen fehler mit dem Das ist so ärgerlich. Ja, der ist gut zum Bauen. So. Zapp, die Tür ist zu. Weißt du, ich habe auch was gefliegt. Wir haben gefliegt. Wir haben gefliegt. Ne, auch noch nicht. Au, intelligent. Komm raus. Alter. Zieh. Haben wir doch gerufen sollen. Unser Führer hat wieder da. Wir sind groß. Wir sind stark. Bumm, Bumm, Bumm. Wir sind Wolfgangsrudel. Das wäre ich mal merken. Das ist deine eigene Fanbase. Sei mal ein bisschen glücklich drüber. Ich will glücklich sein. Ich will glücklich sein. Ich weiß es dir. Ein Spiel wichtiger als deine Fanbase. Aha. Ja. Ich versuch dich. Andere Leute würden sich über eine Fanbase freuen. Und er... Was ein Asi. Ja, wir können los sein, Leute. Wir können los sein. Ich hab dir einmal geholfen, Wolfgang. Ich hab einmal um Chasen hochgeflogen. Ja. Was denn kommt? Du... Komm, schnell! Ja, lau mal los! Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du bist gut die ganze Zeit zu dir Ich guck die ganze Zeit zu dir Und zu dem Randomate Zu beiden Guck du zu mir und dem anderen Also zu dem Fahrer Fahr rein Weißt du es ist richtig 31er wäre Wenn der mich jetzt rausgenommen hätte Oder mich Genau Du bist hier Oder wenn er ihn rausgebrochen hätte Und der Deutsche ist noch übrig Wird er es schaffen Nein das ist ein Vibe Also ich war nett Ich hab die Sicherung mitgenommen Wow 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 Kann sein dass man viel schneller Energie verliert wenn man verletzt ist Die ist 100% tot Ich hab sie das Ich hab sie das Ich hab sie das Man kennt ihn Man kennt ihn Man kennt nur den Fresser Marcel 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 Wieso 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 Ich hab hier noch so mit den Augen Aber das sollte nicht länger als 50 Stunden von der Konsole Von der Konsole Schau ich schon nicht 24 Stunden Ich hab's übertrieben Ich hab's übertrieben 20 Oder 16 16 16 bis 18 Ja Wolfgang hat auch mal durchgemacht Wolfgang hat die 48 Stunden gereicht Ich hab sogar einmal die 50 Stunden gehabt Oder 53 sogar Oder 53 sogar Ich hab mir ne Freundschaftsfragen geschickt Ich glaub's euch Wer ist das? Ach der Ja der von 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 oben Ja Wie ist denn hier nicht? 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 Ja Die Wir sind ein 12 Schuhe Uhhh thrust verlässt die ganze und kommt rein er hat das spiel verlassen der bastard wieso nicht franzosen sind auch nett und können sogar englisch mit kappa der planet hat verlassen ich glaube so oft du hast du hast du hast Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich bin gleich wieder da. Wolfgang, mein Bester, bist du noch am Start? Da aufzieht die ganze Zeit zu stumm. Ja, was? Was machst du denn? Pluckst du dir einen? Dreckiges Miststück. Alles klar, ich komme so ans Herz wieder und höre einfach nur dreckiges Miststück. Geht dann halt so. Ey, soll ich diese Nanotusse da... ... oder? Hey, ruhig. Schreib mal, wie alt bist du? What? Ich kann weder Wind blasen. Ich kann es nicht mehr sehen. Vielen Dank. Ich habe mal so gefragt, wie alt die sind, also diese Nano-Rambler. Er, also der eigentliche Spieler ist 22 und sie ist... Nein, angeschrieben. Sie ist 19, er ist 22 und die spielen Minecraft. Mit 22 und 19. Minecraft. Ja, die sind Tiefen auszugeben. Ich will, sie spielen. Freit. Nein, Marcel, du Bastard. Timo. Nee, Kuschkos. Ach so, ja, ich habe den auch. Oh, Leute, ich hole Dinge. Ich habe zu schätzen. Du holst ihn Jason, der ist super. Nicht Jason. Ah, wie heißt der Wichser? Komm ich. Genau, den Wichser. Ist der Wichser der Hilfe fremden Leute? Fade dafür ist wiederbelebt. Wir brauchen einen Break. Wir brauchen deine Hilfe. Jason ist uns zu töten. Wir brauchen deine Hilfe. Bitte, hilf uns. Es besteht auch ein Mütis, dass... ... wenn du Tommy ruft, wenn du da umgeht, ... dann am Ersten oder so, dass du dann wieder Tommy wirst. Aber es ist einfach so ein Mütis. Ist es auch. Weil ich habe gestern auch genug Jason, äh... ...Tommy gerufen und ich wurde nicht wiederbelebt. Wir sind groß. Wir sind stark. Wir sind Wolfgangs Rudel. Auuu. Mensch, Wolfgang. Wir brauchen dich noch. Du bist unser Handführer. Wir sind dein Rudel. Wir brauchen deinen, der wird die Beste mit dem Tommy wieder responden. Herrlich so. Und noch einmal. Wir sind groß. Wir sind stark. Wir sind Wolfgangs Rudel. Auuu. Du musst mal gerne verheizen. Du bist super heizen. Ich muss schwitzen. Hehehe. 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 Oder heizst du nur auf vier? Hehehe. 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 Ne, ich gehe drei Viertel. Hehehe. 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 Er schwitzt sich auf fünf, nein, er schwitzt auf 4,9, auf 4,999, ne, auf 999, hä? Hehehe. Hehehe. 50, 100. So, boah. Ich bin so schlau. Ach Gott, Leute. Ich brauche uns gut ein. Es ist nur der Propeller. Genau, mit dem schmackhaften Ding komme ich jetzt. Geil, Alter. Danke. Jace ist da. Hehehe. Ja! Hehehe. 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 When did I get them right away, did I get what I wanted to try? Hey! Was ist denn die후로 weiterspumchen? Oh Gott. Oh Gott. Boah. Das ist schlimm. Mann, nasell, helf mir doch! Hier habe ich ihn. Aber was hast du gemacht? Wir haben einfach das Dürfen gemacht. Ja, genau. Ach so, ich bin hier übrig, hast du ja gut gemacht. Nö, hab ich nicht. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot, er schlägt nur. Maffin, helf doch mal! So, dann schläge ich kaputt, ich kann nicht mehr suchen. Komm rein ins Haus. Ich muss das wirklich dürfen. Und dahin gibt es keine Wasser, ich brauche eine. Wir müssen, dass wir Mühe mit uns kommen. Der hat sich gar nicht nur auf mich abgesehen, ne? Ja, aber du musst ihn langschlagen ein bisschen. Wolfgang, ich kann nicht weg. Ich bin angeschlagen, ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Der Typ, der schlägt die ganze Zeit nur der Hurensohn. Wer ist das? Kusch, doch. Kusch. Danke, Wolfgang, du bist tot. Nein! Hey, wo bist du denn? Hey, in Afrika. Hey, moine, Rennerin. Ich kann dir jetzt helfen dir. Wartet bis zum Tüchen mehr. Ja, Mann! Ich bin freundlich. Ich taug mich noch schon da. Mann, wieder diese Schlampe! es macht doch kein spaß da holt man jason jason so ein tommy und dann wird man noch fünfmal blut ja der jason ist ein echter noob der typ der schlägt die ganze nur ich schreibe den typen jetzt an mit jason you can on punch ich und 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 Wow, Wolfgang, ich fühle mich wie in die schätzliche Küche. Boah, ja, will ich jetzt auch. Das Hütchen ist angerichtet. So, wie würde ich die ganze Zeit in diesem Tisch zerstören, in den Portman. Lass da mal spielen, Spaß. Okay. Das ist ja ein Spaß zu lassen. Okay. So, ich bin der Stufe 14. Ja, und du hast den Battle Pass gekönnt. Na ja, gut. Wollen wir gleich zu dritt spielen? Für mich geht die nicht mehr viel aus. Geh doch einfach später und dann ist es 23. Äh, nein. Weißt du, normalerweise wird es in den Portman, wenn du in den Portman bist, jetzt möchte ich mal in den Portman und dann kommst du nicht, wow. Ja, mein Gott, wenn du so nur Rüßel in den Portman willst, dann ist es wirklich nicht. Das ist gerade 22.30 Uhr. Ja, für dich müssen wir nicht spielen. Jetzt ist er, ich war mit Schnapp und muss sowieso gefickt, bitte. Oh, guck mal, was ich voll nahe. OP versteckt. Das ist ja. Ja. Das ist belastend. Und treu zugleich. Hier ist es gar nicht. Ich brauche mich abzulegen. Ich brauche mich abzulegen. Ich brauche mich abzulegen. Ich brauche mich abzulegen. Ich kann den Scheiß behaupten, Alter, die Bäuche. Ich kann den Scheiß behaupten, ich kann den Scheiß behaupten, ich kann den Scheiß behaupten. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Guck mal auf die hintere. Auf die hintere. Hä? Es war ein bisschen anders gefärbt, na und? Bei mir war noch was. Was denn? Das Laufen müssen verschmulden, böse. Ich habe nicht mal einer entzielt als 18-Besünder ist, Jason. Ja, tu da. Sprich überhaupt so was. Hier seid wir ein Paar. Nicht Spaß. Nur sie ist 19, du 16. Und jetzt alle, wir sind groß, wir sind stark. Wir sind Wolfgangsrudel. Wolfgangsrudel. Ahu! Wolfgangsrudel. Ahu! Wolfgangsrudel. Wolfgangsrudel. Ahu! Oh nein! Wolfgangsrudel. Wolfgangsrudel. Wir sind groß. Wir sind stark. Wir sind Wolfgangsrudel. Oh nein. Nein! Nein! Bitte! Ansonsten! Was ist der Oberland? Wofür sind. Wofür sind. Wofür ist der Oberland? herrens haus aber wie schnell auch wieder aufstehen den jahr habe ich auch der männer op der ist geil weiter ihren frau Oh Gott! . Guck mal her! . . . . . . .. . . . schloss dieses schweißer zweck an der nahe nur gewillt den ding ins kinder nie so obwohl die werden get extra ja 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 Das ist gut, Luke. Das ist gut, Luke. Das ist gut, Luke. Ja, fuck you, Jason. Okay, das machen wir hier weniger aus. Okay, nehm ich mir da. Nehm ich mir. Okay, das ist gut, Luke. Oh mein Gott, 10 Minuten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird... Gah... Habt ihr auch die Schlüssel? was Äh, wo ist Jason? Hier ist er okay, ich hab's verstanden. Dunkelmann! Ich weiß nicht, ich komm runter. Aber mit Jason. Sparke ich dein Kinnick. Jetzt tu es. Verlassen. Digga, was hast du denn so neiger Mann? Hilfe! Was beim, der bricht ja grad die Tür auf. Wie bei dem Haus vor dir. Oh, das muss ich einfach mal in Ruhe lassen. Da ist ja nicht zu spür kein Mensch. Ich bin wirklich glücklich, ja. Ich bin wirklich glücklich. Du bist so glücklich, dass du eine Menge zu spürst. Ich bekomme die Tür nicht. Ich bin wirklich glücklich. Ich werde dich sowas auf. Hehehe 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 du bist so gut ich glaube du musst noch viel lernen ich weiß ey wolfgang habe ich tausend eingetroffen dich nicht aber jetzt ich weiß nicht wie man hat nicht du bist dran oh mein gott das soll wohl der stärkste sein aber was macht ihn denn so gut oder wie kriegt man den überhaupt das heißt wir haben ein scheiß zu wenig also können wir jetzt gar nicht mehr bekommen ich kann mir nicht mehr schade der hat einen Preis von ungefähr 1200 Euro der Chase so viel würde der kosten in real life auf den man den Account äh also für einen Chase kaufen müsste das Ding ist ein Account ist nach dem 3 gut dann ist dann natürlich auch vielleicht noch ein anderes Spiel drauf mit der folgenden mal ballert man dann natürlich auch noch ein bisschen mit äh Geld drauf ne oh shit zirka ja 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 er hat mich auch zu überlegen ja das ist ein feld in der Presse der Presse die Baden so richtig ja ha ha noob ja wof ja ja wof 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 Oh, fuck, who is that? Oh, my God, I can't look. Will der nicht irgendwann mal quitten? Der kassiert gerade. Boah, der ist immer ein Männerscheiß, wie gut der, ey. Der Jason. Ja, keine Chance gegen den. Der ist zu gut. Auch der, der in Jason spielt, ist damit sehr, sehr stark. Alter, stell dir mal vor, den hätten wir getötet bekommen. Wo ist der Jason? Wow. Bei den anderen Männerscheißen, du bist in Sicherheit. Boah, nice. Jetzt hätte ich dir wirklich auf Plate bekommen. Ja, das muss los. Bei dem, der alleine ist, das Springwater Camp oder bei den Zweien? Ich schärfe hier gerade nichts mehr, könnte wieder bei dir sein. Dann guck da ein bisschen durch. Ja, das wird bei den Zweien. Ja. So, welche. Hat der überhaupt, ist, wer entkommen? Nein. Oh nein. Oh nein. Wie lange, wie viele Minuten sind wir? Wo ist er jetzt genau? Ja, der nächste ist down. Perfekt. Gut. Also noch vier, zwei. Okay. Gut zu wissen. Er kommt gleich in Ruhe zu euch. Und da ist er. Was? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich will mir. Was? Was? Du magst das? Das Schaukoll? Ich finde das gut für den Wichser. Ich bin zu gut für den Wichser. Er ist gleich wieder da, die Möhe ist. Mir ist das sehr, Glaub mir. Ist es zu. Aber erst steht der wieder vor hier. Der geht auf den andern. Boah. Ja der ist tot. Er ist geht doch nicht. gehen ich werde jetzt gleich sofort sterben glauben soll sich jetzt schon 321 und ich bin tot der platte wasser kommen wir hier kann nicht zählen die kleine ruhe keine ruhe so nennen die schlampe ja die schlampe nicht gestolpert ja das ist ja lächerlich der ist mit dem jason sehr sehr gut der ist mal gemein aber zu gut ich öffne mich hier noch mal kissen da bin ich auch auf hier heute na gut ich auch dann bis morgen auch rein